herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf diesem kanal sofort und gleich heute erkläre ich euch mal ein bisschen was über ein neues minecraft projekt und zwar mein mod eine folge habe ich schon hochgeladen davon er gleich kam direkt nach dieser einen folge zu mir also auf mich zu und habe mich gefragt sofort können wir das auch zusammen machen dieses projekt und dann habe ich zu ihm gesagt natürlich können wir gerne zusammen machen so aber ich habe jetzt schon eine folge hochgeladen so dann haben wir uns gedacht wir könnten es jetzt so machen ich spreche das allein also das projekt was ich jetzt angefangen habe ab aber dafür kommt genau das gleiche projekt mit hergleich mit mods und wir haben uns jetzt was neues ausgedacht und zwar gab es das bestimmt irgendwie schon wir haben epochen bedeutet sechs folgen sind eine epoche und nach jeder epoche werden neue mods hinzugefügt am anfang spielen wir ich weiß gar nicht mehr welche mods wir spielen ihr werdet es auf jeden fall in der ersten folge sehen das projekt startet übrigens am 25.05.2019 ist es in zwei tagen startet dieses projekt am samstag ich weiß nicht die genaue uhrzeit auf jeden fall startet es dann am samstag und dort ankommen folgen von unserem projekt und ja also auf jeden fall wir starten dieses minecraft projekt zusammen und ich bin auf jeden fall sehr froh ich hab da schon ziemlich bock drauf und der gleiche hat er auch ziemlich bock drauf von daher wird es dann ziemlich nice eigentlich es gibt staffeln dort werden die erste staffel irgendwas um die 100 folgen bestimmt lang oder vielleicht 60 oder vielleicht 50 40 ich schätze mal irgendwas um die 60 folgen soll das langsam die erste staffel weiß ich nicht ich weiß es nicht ich bin am überlegen so und dann kommt vielleicht die zweite staffel also entweder ja das seht ihr auf jeden fall noch und dieses da diese staffeln es können drei staffeln sein es können zwei staffeln sein wir haben halt sonst eigentlich nichts mehr zu sagen zu dem projekt ergleichend nicht trollen uns bestimmt auch manchmal ja ich weiß gar nicht ich kann nicht immer ein paar mods sagen die wir dabei haben auf jeden fall dabei werden da ist einmal tnt masterchef mod kitchen mod 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 not enough items damage indicator sonst optifine inventory tweaks ja das sind so jetzt erstmal die mods die wahrscheinlich am anfang machen werden ich habe keine ahnung ich muss auf jeden fall mal gucken also ich nagele mich jetzt auf nichts fest und ja das war eigentlich das was ich euch jetzt sagen wollte das projekt startest wie schon am 25 5 schau alle bitte bitte schaut alle rein es wird uns sehr freuen und wie gesagt wenn ihr eine positive ressonanz da ist dann kommen auch wahrscheinlich immer häufiger folgen oder das projekt wird länger oder das projekt wird beendet und dann kommt noch eine zweite staffel das wird wirklich auf jeden fall wahrscheinlich ziemlich cool und ja wie schon gesagt das hier ist die die wir haben denn sie zeigen am ende das projekt und ja dann würde ich sagen ich habe alles gesagt bis daran und tschüss